metal oh mein gott oh mein gott oh mein gott joo freunde willkommen zu neuen video heute gibt es wieder ein paar arena runden ich weiß nicht irgendwie habe ich wieder bock es macht wieder bock zu grinden die runden sind auch nicht mehr so verschwitzt und ja also ich wünsche euch viel spaß mit den runden las gerne einen daumen nach oben da lasst ein like da und jetzt viel spaß mit dem video die familie jungs ja warte wir müssen pushen oh ich hab so ein brett gedrückt der hinter mir hat mich geblieben ich denke so bro oh mein gott digger get deswegen trifft dich keiner digger ja du bist haarland ich da kommt noch einer in den kopf der soll doch in den kopf du bist der beste digger ich bin da die jungs fully controlled also wirklich ich habe noch nie so einen controller schüler gesehen wie bei mir ich bin feiti 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 1hp bei der 130 schön über der rei z mann die perino 61 1 1 1 fai ich weit und klaus noch der kürbisman ist bei mir klaus willst du den ich denke schon ja 40 40 dead abhin let's go warte 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 ist ein godfly dead pass auf finished low nice wild two piece hast du ihn der letzte kommt der letzte macht wirklich gar keinen Sinn habt den letzten habt den letzten neues team reboot und reboot ich schick gleich am raf der ist white lass dich hier nicht sehen davon auch mal machen hab noch einen wo sind die da vorne white nochmal digger ich hätt alles das ist so crazy er ist dead von einem anderen team ne ne der wurde gefinisht das war michael charla that's right mann du bist doch tot hast du ihn ne aber er rennt oh mann ich hasse abgeworfen dead ja so money ich hab gar nicht hast du irgendwas am white left ich gleite da hoch warte der länder oben hier unten hier unten bei mir white white one nice white nochmal zwei dead ich hab flasher jungs zwei in so und dead hier bei mir metal er tot oh mein gott oh oh digger der step ist bei mir irgendwo hier unten oh mein gott chill mal bray pro 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 ja das war ein kill man bis ich kill es für immer diese oh man er denkt jetzt wirklich der klatsch noch nicht bam let's go guys der geht dir die ganze zeit hoch runter da ist noch ein anderer da 70 einer won aber ein einer padded maybe ich sehn 60 white nice da kommt noch einer drag white 50 white du kannst ihn pushen der ist 50 white retten hab ihn hab ihn den hab ich den hab ich drei tage vor heat so dann 13 aber zum üben ist eh neus also so direkt 100 auf beide irgendwie gell die haben zwei sprenglader stehen 100 wieder ja wie viele geschlucken die ja wie viele geschlucken die hab ihn nice ich hab heute irgendwie 400 damage auf die gemacht das wird ein lagge alles 25 das ist kein das ist ein das ist ein das ist ein 30 white oder 60 white hab gebrochen 30 white nochmal das ist ein das ist ein nochmal 18 white pick extern oder auch nicht oder auch nicht anscheinend schon 36 gegeben um sie zu 36 gegeben gut hitze auf die genau machen 100 pro 101 1 du baust mir ne nase voll gesicht sorry cone er ist in der cone abgemisst du auch wie er reinrennen wollte neues team einer crack einer dead 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 lass hoch da rennt er links weg rennt links in die röre rein 90 white 90 white er ist dead gleich ja karto aim er kennt mich er kennt mich ach man ich komme ich kann nicht splashen das kommt er 1 pump oh mein gott das war ulpis bin ich da der solo glaube ich oder oder wenn so ein brett gedrückt immer ein zöge ach der bat hoch oder weiß ich nicht ich glaube ich habe irgendeine Bahn hinten hinten auf dem Berg ja ich weiß nicht warum meine aussprache manchmal aus kraft ist der ist ja hinten hinten dran denke war das der denn den airdrop geöffnet hat ja auf der und auf auf Mach auf, komm. Oh mein Gott. Epische Siege werden heute eingefahren, aber diese anderen... Ja. Ich werd wieder besser, ich merk's wieder. Ich war ja so washed im Building. Das ist nur, wie viel noch wird schon das? Boah, ich glaub's. Bis zum nächsten Mal.